Musik Motorsport zum Anfassen Die DTM-Präsentation lockte 120.000 begeisterte Zuschauer nach Wiesbaden. Bei strahlendem Sonnenschein direkt auf der Wilhelmstraße zeigten die DTM-Piloten die ganze Power ihrer Boliden. Nicht nur für die Zuschauer ein ganz besonderes Motorsport-Erlebnis. Wir haben immer so große Unterstützung von den Fans. Es ist toll, ihnen einen so spektakulären Tag mit so aufregendem Motorsport bieten zu können. Ich freue mich jetzt schon auf die Saison. Eine Sensation. Hier können wir uns austoben. Hier machen wir Sachen, die wir sonst nicht machen dürfen. Von daher komme ich sehr gerne hier hin. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Ich möchte noch ein bisschen fahren. Zum ersten Mal in der neuen Saison präsentierten sich die Fahrer den Fans. Auf der DTM-Bühne sorgte dann auch Natascha Beddingfield für musikalische Unterhaltung. Auch sie wurde direkt vom Motorsport-Fieber gepackt. Es ist fantastisch. Ich liebe Autos. Wer liebt sie nicht? Autos sind sexy, kraftvoll. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist das Aufregendste an so einem Event. Geschwindigkeit, Motorsound und qualmende Reifen. Die DTM-Saison hat mit einem spektakulären Event begonnen. Nicht nur die Fans, auch die Fahrer und ihre Teams können sich auf eine spannende Saison 2011 freuen.